Kalt, kalt, kalt. Es wird eine frische Nacht, Leute. Servus, Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ja, es ist ganz schön kalt hier und fühlt sich so an wie minus vier Grad. Ich bin gut gepackt hier. Möchte einen Overnighter machen in diesem Wald. Ah, die Sonne. Noch mal zurückgehen. Herrlich. Kalt, kalt, kalt. Es wird eine frische Nacht, Leute. Ausrüstungstechnisch bin ich da mit dem Biwak-Sack unterwegs und Tarp wird funktionieren, denke ich. Was ich suche ist ein Platz, der schön geschützt ist. Außenrum Fichten sind kleinere oder so wie da jetzt. Da ist richtig viel Holz. Also hier tendiere ich schon hin zu bleiben. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Hier ist überall ziemlich schön. Ich bin mir noch nicht so ganz schlüssig, wo ich bleiben werde. Viel Zeit habe ich auch nicht mehr. Eine Stunde, dann wird es dunkel. Also weiter geht die Suche. So, den Rucksack habe ich erstmal abgesetzt. Aber es ist so eine ganz komische, skurrile Stimmung hier in dem Wald im Moment. Man hört im Hintergrund die Dreckstadt ziemlich laut noch, obwohl ich so weit drin bin. Aber das gibt sich dann am Abend. Ich hoffe, dass es neblig wird. Dann ist die Akustik ein bisschen gedämpfter dann. So, ich habe mich ein bisschen umgeschaut und hier ist mit Sicherheit der beste Platz, den ich jetzt finden kann. Ringsherum kleine Bäume, gut geschützt, kein Totholz. Und so bin ich auch schon mal vom Wind und Wetter sauber abgeschirmt. Der Boden ist weich mit dem Laub hier und hier werde ich meinen Biwaksack und Tarp aufschlagen. So, was richtig cool ist. Ich habe den Osprey erweitert um ein Daypack. Das kann man hier hinten so dranhängen. Das ist so ein System. Extra dafür gemacht. Und das ist richtig genial. Das sind da 20 Liter, die man da mehr hat. Das geht auch normalerweise ganz leicht raus. Aber natürlich, wenn die Kamera läuft, nicht. Ist doch eh klar. Verdammt. So, sehr schön. Da kann man das sehen. Das ist das Daypack hier. So, der ist natürlich eine coole Ergänzung mit den 20 Litern. Da sind wir mal für so Meshs, für Trinkflasche und so. Den kannst du jetzt komplett als Tagesrucksack verwenden. Und da habe ich mein Essenskram und alles, was ich so auf die Schnelle brauche, wie zum Beispiel Erste Hilfe, habe ich jetzt in dem Rucksack hier drin. Ich komme schnell dran. Die Reißverschlüsse gehen auch tipptopp. Ich möchte jetzt kein Review darüber machen. Das kann man andermal machen, wer Interesse hat. Auf jeden Fall ist das eine gelungene Geschichte, wenn man halt den Tracking-Rucksack hat und der Platz vielleicht jetzt im Winter nicht mehr ausreicht. Finde ich richtig genial. Tolle Ergänzung. So, Setup wird relativ schnell fertig sein, nehme ich an. Da brauche ich jetzt noch nicht mich beeilen. Wichtiger ist jetzt erstmal Holz zu bekommen. Also es ist relativ feucht noch, aber soweit glaube ich könnte das funktionieren. Also es geht schon. Nass ist es nicht, aber es ist schon ein bisschen feucht. Ich denke aber, dass es gehen wird. So, Holz habe ich erstmal genug. Das wird eine Weile brennen können und im Notfall kann ich ja jederzeit nochmal welches nachsägen. Aber hier eben Baumstumpf. Den werde ich dann auch nutzen dafür. Und jetzt ist das Set aber erstmal dran, denn wenn es wirklich richtig zapfig ist, dann kann ich mich da wenigstens aufwärmen. Also auf geht's! Bis dahin! Bis dann! Bis dann! Bis dann! So, wieder für Defense 4 und innen drin habe ich schon den Zweckmann reingelegt bzw. habe ich den so verpackt komprimiert, dass er da schon drin ist, wenn ich ihn nachher brauche. So, Lagerplatz steht endlich komplett. Jetzt kommt der gemütliche Teil und ich mache mir jetzt erstmal einen schönen heißen Tee, den brauche ich jetzt unbedingt. Richtig kalte Finger und so. Oh, das dachte ich mir schon. Oh, das dachte ich mir schon. Das wichtigste hier draußen ist auf jeden Fall, dass man weiß, wo sein Krusch ist, sein Gerödel ist, damit man das immer griffbereit hat und so und nicht lange rumsuchen muss. Das ist ganz schlecht und immer vorbereitet sein. Also hier schon mal die Stirnlampe dran, damit es, wenn es jetzt dunkel wird, einfach alles klappt. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Das ist schon ordentlich kalt. Und ich bin froh, dass ich jetzt den heißen Tee habe. Allein die Tasse anzufassen. Die Wärme an den Händen tut schon so gut. Da bin ich richtig froh drum. Also, Prost. Jetzt erstmal aufwärmen ein bisschen. Das ist erst viertel vor fünf. Das wird eine lange Nacht. Aber zum Glück passt ja alles. Und wie gesagt, wenn es zu kalt wird, schlüpfe ich einfach in den Schlafsack rein. Das passt dann schon. Ich genieße das jetzt einfach, erst mal draußen zu sein. Richtig schön. Einfach genial. Da kann man richtig das Eis glitzern sehen, wie kalt es ist. Bis zum Glück! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, Mahlzeit, Freunde. Ich esse jetzt und dann melde ich mich später nochmal. Schaut euch das mal an. Alles gefroren. Wahnsinn. Ich werde jetzt mal versuchen, ein Feuer zu starten. Also ich war jetzt gerade ein bisschen draußen und habe noch Holz zusammengehackt. Ein bisschen an dem Baumstumpf da. Und ich muss sagen, es ist schon brutal kalt. Jetzt fröstelt es mich auch schon leicht am Rücken. Und darum freue ich mich jetzt auf so ein Feuer und bin mal gespannt, ob ich das in die Gänge kriege. Okay. 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 Ja hoi, es läuft. Es läuft. Einfach herrlich, auch wenn es kein Megafeuer ist. Aber es macht warm ein bisschen und vor allen Dingen gemütlich und das erhebt einfach die Stimmung. Das ist was anderes. Wenn man da keins hat und so nackig in die Gegend schaut, gefällt mir das schon um einiges besser. Sehr gut. Ja. 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 Und so vergeht auch die Zeit einigermaßen ganz gut hier draußen, was da was zu tun hat, ein bisschen Feuer kontrollieren, nachlegen, dann passt das schon. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das heißt, war kalt, es ist immer noch kalt draußen, ich mag gar nicht raus, aber das hilft nix. Ich werde mir jetzt erst mal einen Kaffee machen. So, den Trangier kriege ich nicht an, der ist zu kalt. Den hätte ich mit reinnehmen sollen, das war jetzt mein Fehler. Dann gibt es halt jetzt erst mal keinen Kaffee, dann räume ich soweit erst mal zusammen. Das muss ja auch gemacht werden. Ja, genau, dann baue ich erst mal so ein bisschen ab und räume auf. Das ist gleich. Oh, Wahnsinn. Die Flasche war draußen, die ist gefroren. Kriege ich nicht mal mehr einen Deckel auf. Und die hier, die war jetzt im Biwak-Sack. Die ist natürlich ganz normal. Flüssig. Krass. So, Leute, ich habe zusammengepackt. Ich haue jetzt ab. Ich habe auf den Kaffee verzichtet. Und der Akku blinkt schon, der geht aus von der Kälte. Und deswegen sage ich jetzt hier aus dem kalten Wald Tschaui und danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tschau. Musik Musik Musik